Es ist üblich, dass an der Universität Wien linken Politikern, Publizisten oder Aktivisten eine Plattform geboten wird. Egal, ob es sich um die grüne Nationalratsabgeordnete Faikel Nagashi handelt, die über die Integration von Ausländern spricht, oder Florian Klenk, den Chefredakteur der linken Zeitschrift Falter, der sogar eine Vorlesung über Journalismus hält. Es gibt zahlreiche Angebote für Vorträge von linken Rednern. Am 17. November plante der ringfreiheitliche Studenten, kurz RFS, einen Vortrag mit dem rechten Publizisten Götz Kubitschek, woraufhin die Überwacher der politischen Gesinnung sofort intervenierten. Die grüne Nationalratsabgeordnete Eva Blimminger forderte unverzüglich die Absage der Veranstaltung. Die Universität Wien kam der Aufforderung sofort nach und löste einseitig den Vertrag mit dem RFS auf, wodurch die Veranstaltung untersagt wurde. Das ist ein Skandal, sagt die Bundesobfrau des RFS, Gudrun Kofler, und betont, wir haben einen Vertrag mit der Universität Wien und Verträge müssen eingehalten werden. Götz Kubitschek ist ein angesehener Verleger, der bereits bei Tockemanger 7 zu Gast war. Der RFS ist eine offizielle Studentenorganisation, die mit einem Mandat im Studentenparlament der ÖH vertreten ist. Die Untersagung der Veranstaltung ohne Angaben von Gründen sei daher reine Willkür und zeige, wie es tatsächlich um die Meinungsfreiheit an unseren Hochschulen bestellt ist, sagte die Tirolerin. Es scheint also, dass eine Nationalratsabgeordnete der grünen Regierungspartei darüber entscheidet, wer an einer Hochschule sprechen darf und wer nicht. Hier wird die Meinungsfreiheit und der wissenschaftliche Diskurs willkürlich eingeschränkt. Das ist ein unglaublicher Skandal, gegen den wir vorgehen werden, erklärte die RFS-Vorsitzende Kofler. Sie kündigte rechtliche Schritte zur Durchsetzung der gemäß Bundesverfassung geltenden Versammlungs- und Meinungsfreiheit an.